Der Stuttgarter ist neu eingesetzt worden. Das muss man auch noch mal reinnehmen. Das ist auch ein Grund, warum das richtig schwer ist. Der ist noch ein Ticken höher als der Rasen. Das ist nicht optimal. Das ist für beide Mannschaften gleich. Eiskalt! 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 Wow! Das Selbstbewusstsein, das musst du erst mal haben. 2-2.